dann machen wir halt noch schnell ein copper wire zwei stück wir haben auch noch zwei so lustige rubber sheets übrig passt auch perfekt dann haben wir das schon mal gemacht hier rein sondern haben wir die machine hull die tun wir jetzt mal da oben drin da haben wir schon eine was bist du hier ach du bist so eine blöde hedge gut dann haben wir das ding dann haben wir alles dass man den den hier schon mal nee schmalen energetic alloys das war's genau das fehlt ja auch noch 32 stück also 16 16 von denen habe ich 14 und du bist durch ne okay dann schauen wir mal energetic blend bauen wir aus redstone und close down okay das ist machbar da brauchen wir noch zwei stück redstone und close down ein bisschen close down hier ich brauche nur einen momentan alter und einen redstone in den mixer 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 da rein genau hopp hopp nochmal zwei gold geholt bist du fertig dankeschön und dann machen wir noch schnell die zwei und dann haben wir unsere mv schüssel so und dann bin ich mal gespannt na come on baby der verträgt auch mv der blast furnace das ist gar nicht schlecht insofern aber die die kabels hier die vertragen es nicht nur die conductive iron cables habe ich gar kein star so und die 15 und die 16 ist im weg auf dem weg haben wir es gleich gleich haben wir es dauert nicht mehr lang gut hier ist es siehst du so dann haben wir die 16 dinge in die weihermill wirimill dann haben wir die musik ein bisschen leise dröhnt mir gerade etwas ins ohr so so ist gut glaube ich ach man das dauert immer alles so lang das ist der wahnsinn und dann machen wir zwei 16er wow ich hoffe dass mich ist ja wird doch 16 x 2 einfach ne ist eigentlich ganz easy peasy ist eigentlich ganz easy peasy so fertig die können wir eigentlich auch da machen 16 von denen und es wird immer weniger und wir haben unsere 16er beieinander peng da sind sie wow und wir haben eine Zew die sperren wir uns weil das Rezept ich glaube das können wir wieder brauchen so und wenn ich die jetzt mal irgendwo kurz hinstelle klotz ja genau dann passen da auch unendlich viele Batterien rein und hier haben wir LV Batterien jetzt müssen wir mal schauen was wir da für Batterien bauen eigentlich für das Ding oh Gott so und aus der machen wir jetzt Fluid Canning Machine habe ich noch schon eine Fluid Canning Machine rumstehen ich denke Basic Chemical Prozessor Sampling Basic Fluid Extraktor Wiremill Du bist Autoclave Basic Latte Alloys Melter da hinten ist der Zentrifuge Elektrolyzer Mixer Canning Machine da ist sie gut und ich habe doch hier schon so ein habe ich hier im Dings drin die können wir schon mal da reintun so jetzt schauen wir mal was kann ich dazu tun Cadmium Dust und dann kriegen wir hier eine ziemlich große Lithium hat was sind denn das eigentlich eine Million 600.000 eine Million 800.000 Sodium eine Million 200.000 Sodium Lithium oder Cadmium oder Cadmium okay schauen wir mal machen wir mal Dust Sodium hätten wir 72 das ist Kobalt Nickel also Sodium könnte man schon mal nehmen was war das andere Lithium hätten wir auch da die habe ich schon da reingestoppt ich muss noch mal kurz gucken ich muss noch mal kurz gucken so Lithium und Sodium Sodium brauchen wir 8 Lithium brauchen wir auch 8 Medium Lithium Batterie das sind ja aber nur 400.000 das hatte ich denn ja vorher gesehen das ist eine Medium Batterie halt das ist doch das äh sehr merkwürdig was habe ich denn da gerade vorher gesehen Cadmium gibt 420.000 keine Ahnung habe ich die größere Batterie in der Hand gehabt gerade oder glaube ich kann schon sein 400.000 fürs Lithium 360.000 fürs Sodium und Cadmium hätten wir glaube ich keins da können wir mal kurz gucken Cadmium Calcium und Phosphor wie zum Geier macht man Cadmium Cad was bin ich jetzt doof ja hier nochmal kurz Cadmium Dust mache ich in der Pulverisierung aus Bornei oder aber zentrifugiert das Purified Spalveride ja aber das gibt ja das hier und den zweiten vielleicht Cadmium Ingrid nein und den Packer ja ja super toll also das ist schon mal der falsche Weg pulverisieren ist der falsche Weg sehe ich schon also nicht mit den Möglichkeiten die ich jetzt habe ich bräuchte ich brauche ja die große Mühle dann schon zumindest ein Advanced glaube ich ich brauche ja hier ich habe ja kein kein extra Zeug was ich momentan habe 14% ist aber auch wenig ne es kann nicht sein dass es die einzige Möglichkeit ist wie man dieses Zeug hinkommt wahrscheinlich schon so was habe ich gesagt ich habe die Large Batterie gesehen gehabt vorher ach was weiß ich warum es ist echt die einzige Möglichkeit ach ne ich könnte Tiny Pile of Cadmium Dust wo kriege ich denn das hier in der Pulverisierung Thermal Zentrifuge habe ich keine normale Zentrifuge Bornei oh Oh One Night Spellerite Spellerite habe ich aber da pass mal auf da nehmen wir doch das starke Zeug Spellerite nicht viel aber ein bisschen was ich habe hier auch schon das davon aber aus dem Dust kann ich nichts machen glaube ich ach ne das geht ja hier so nicht aus dem Dust ich kann es elektrolysieren aber dann kommt nicht das Zeug raus was ich brauche ne ok Spellerite Dust 1 2 wie viel brauche ich davon 8 Stück oder waren es glaube ich aber schauen wir mal schnell 8 Stück genau müsste ich doch aus den 4 hinkriegen hinkriegen gucken wir mal ne warte mal so ich mache da Kraschfellerei draus genau und aus dem mache ich dann Impure Pile genau und den Impure Pile wenn ich zentrifugiere dann kriege ich dann kriege ich Gallium das ist nicht das was ich brauche ok so kann man nicht hin wir machen die anderen Batterien Coal Coke Dust habe ich auch noch was mache ich denn mit dem keine Ahnung also wir nehmen Lithium oder wo ist es denn Lithium Dust 8 Stück machen wir es so Zupp lange schwierige Geschichte aber wir haben es geschafft juhu geschafft so du bist angefüllt dich nehmen auch wieder mit halt abbauen und dann haben wir ja gesagt wir wollen ja eigentlich das Stromzeug dann da oben machen also das weil dann kommt mir hier aber nicht genug Strom durch wahrscheinlich habe ich dann nicht genug Strom weil erst mal kann Active Iron Energy Conduits genau mehr habe ich andere habe ich auch nicht zur Verfügung dann tun wir es jetzt schon mal dann tun wir es schon mal dann auf und füllen die Kiste hier schon mal an ach da habe ich ja meinen Precision Laser schon ja hurra total vergessen dass ich dann was gebaut gehabt habe gut und dann tun wir dich da rein und laden dich schon mal auf und dann werde ich wohl mal ein paar Batterien bauen müssen aber ich glaube das machen wir dann wirklich mal offline zwischendurch noch mal ein bisschen so Advanced Precision Laser den haben wir da schon mal hingestellt und jetzt brauchen wir Kabels dann schauen wir erst mal auf Ö hier rein den habe ich da hingestellt weil ich die Inscriber Plates brauche so Annealed Copper wollte man eigentlich gar nicht bauen weil Annealed Copper wenn ich da Kabels draus mache wenn ich da Kabels draus mache in der Wire Müll die haben einen Lost Care Block von 2 was immer 2 die auch verlieren ich habe keine Ahnung und für MV gibt es auch bessere Sachen als die Annealed Copper Wir haben doch hier dann gut das sind die Kabels das normale Copper Wire verliert 4 pro Block Cupro Nickel verliert 6 pro Block Energetic Alloy Wire die verlieren nix dann werden wir wohl Energetic Alloy Wire machen müssen mal wieder und das war doch aus dem Energetic Alloy und das ist das Zeug hier genau ja und das ist eigentlich der Unterschied ob ich es jetzt einfach mache zweifach oder dreifach ach da laufen mehr Ampere durch ich meine wir haben unten vierfach Energie vierfach Eisenkabels verlegt gehabt so da haben wir wieder 6 Blocks verloren da wird man 3 Blocks verlieren da 6 da 3 Energetic Alloy Cables es bleibt dabei und was mache ich eigentlich aus Coal Coke Dust nur mal kurz Interesse halber gucken Fueling kann ich den zentrifugieren zu Carbon Dust okay was mache ich da mit Carbon Dust Gunpowder zum Beispiel oder im Assembler für SMT Resistoren oder in der Autoclave mache ich Raw Carbon Fibers draus mit Palladium Silicon Silicon Ingots Raft Iron Aha aber alles aus Carbon ne das heißt ich kann dich ja mal fröhlich in die Zentrifuge jagen den Coke Cold Dust während wir die anderen Kabels wieder bauen achso und die Zentrifuge arbeitet auch noch fröhlich dann behalten wir erst mal Antimonidast haben wir auch noch da das hat man für was braucht man das gleich wieder ich kann es mir echt nicht merken von einem anderen mal für Soldering alles klar Tin und eigentlich Modium gibt es Soldering brauchen wir erst mal nicht kommt da rein Coke Cold Dust kommt den behalten wir mal hier wir mal kurz ein bisschen das Inventar aufräumen da ist schon so viel Zeug drin überall ich ne das ist diese Kapazitoren das gehört alles hier irgendwie rein zu den Prozessoren sonst finde ich es hier auch nimmer Conductive Iron Cables die ganzen Cables die tun wir erst mal ich habe noch zwei Energetic Alloy Cables ich habe noch einen Silber Wire ich mag trotzdem Energetic ich mache noch ein bisschen Energetics Close Down 1,2,3,4,5 20 Energetics das gibt dann 5 Bias 20 habe ich gesagt ja genau und dann bitte noch 20 von dir 20 habe ich mich verzählt ja um 1 Mixer Zap Zap Ähm was Energetic Plant irgendwas passt da noch nicht achso nein ich habe ja dann 10 genommen genau da hätte ich ja auch noch 10 gebraucht ich bin gerade schon wieder weiß schon Thru Thru de Wind I'm so Thru de Wind weg mit dir Zeug anschmeißen na komm ein da ei 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 machen wir hier nochmal nein nicht da da aber wenn ich jetzt da 20 mache es eh zu viel mir würde ja reichen mir würde ja reichen da oben sind es 1 1 ich könnte nur umsetzen wir machen mal vierfach auf jeden Fall so ein vierfach hätten wir ich bräuchte auf jeden Fall noch mal zwei von diesen hier bitte mach halt hinne komm dauert immer ewig wenn es drauf war das ist so fürchterlich so noch einen es geht irgendwie aber auch nicht schneller wenn man da hinguckt oder ich weiß es nicht tja okay ist durch passt dann schießen wir es mal in die Weihermüll rein wenn der da unten läuft und der hier oben das ist natürlich alles immer so suboptimal Kämmerjahr da schau her alter da müssen wir jetzt warten bis er unten fertig ist wir müssen ihn unten wieder unterbrechen das ist schon ein bisschen lästig alles ne komm wir nehmen dich nochmal raus hier lassen den hier jetzt noch schnell fertig laufen dann haben wir halt nochmal zwei passt schon und dann läuft der oben auch wieder durch na komm dankeschön und es regnet es auch noch ist gerade Nacht